Man YouTube steht hier wieder, das heißt für eine neue Freude. Adventskalender 2022. Ey, schlüp, Türchen Nummer. Acht. Acht. Leute, acht, stellt euch das mal vor. Das dauert nicht mehr lange. Ich hol schon mal. Ja, ihr habt gesagt, du bist schon weg. Kannst du mir mal sagen, was das war jetzt? Bist du Flash? Ja. Du bist Gordon? Flash, Gordon? Wahnsinn. Wahnsinn, so. Oh, das ist ein Tütchen. Ich möchte euch das nicht voreinhalten. Aber guckt euch bitte, bitte diesen Knoten an. Ah ja, der ist doch der Wahnsinn. Jetzt kommentiert mal ernsthaft. Kommentiert mal unten runter. Diesen Knoten. Da ist doch ein Fingerbruch vorprogrammiert. Programmiert. Im ersten Jahr hat sie das noch mit Draht gemacht. Im zweiten Jahr waren das Häuschen. Und im dritten Jahr... Ach, lass den Alten sich mal die Finger brechen. Ja. Ja. Und er kriegt gleich einen Lachanfall. Alles gut? Jetzt kriegt die mal wieder ein. Mein großer. Denn... Luka, jetzt ist gut. Jetzt gut. Ist das jetzt ernsthaft so? Hat die Mama das mit Absicht gemacht? Nee. Sag mal. Nein. Du fragst nicht. Dann kommt die noch rüber und sagt, ich sollte Schere benutzen. Dann kann ich die nicht wieder verwerten. Nächstes Jahr. Mit Draht. Luka? Flash Gordon ist wieder abgehauen. Nein. Du bleibst hier. Nein. Du bleibst hier, Flash. Wie seine Mutter. Hört überhaupt nicht. Im Übrigen. Ich hoffe, euch gefallen die Videos von meiner Frau. Vom Adventskalender. Und ganz ehrlich, Leute. Ich fände es einfach mega cool, wie sie jeden... Jedes Türchen kontrolliert. Papa. Jetzt kommt es. Jetzt kommt was. Du möchtest uns was sagen, was die Mama gesagt hat? Ja. Ja? Okay. Dann los. Mama, tanz es einfach. Mama, tanz es einfach. Mama kann es einfach, dass wir uns die Finger brechen. Natürlich. Natürlich. Ich kriege doch die Hände. Vielleicht kommt die rüber und dann kriege ich sie wieder mit der Gusspfanne, wisst du? So. Aber jetzt mal hier zu einem ernsten Thema, ne? Und das ernste Thema lautet Adventskalender von der Mama. Ja. Jetzt mal ohne Flanx. Hast du das schon gesehen? Nein? Musst du dir angucken. Sag ich dir so, wie es ist. Adventskalender meiner Frau. Guckt es euch an. Trocken, aber lustig. Definitiv. Lustig. Also, besser geht es eigentlich gar nicht. Also, wie gesagt, Adventskalender 2022 meiner Frau. Guckt es euch an. Link ist unten in der Videobeschreibung. Hau ich euch rein. Wie gesagt, guckt es euch an. Trockener kann man ein Adventskalender-Türchen nicht öffnen. Ohne Flachs. Also, ich habe noch nie jemanden so gehört, der so einen Adventskalender kommentiert. Ich glaube, wenn ich das auf TikTok veröffentlichen würde, dann würde da Dinge durch die Decke gehen. Aber wir lassen es. Da will sie ja gar nicht hin. Also, tun wir uns Dinge fein. Happy wife. Happy life, wie Robert Geister mal sagen würde. So, was ist das denn jetzt hier? Was denn? Hä? What is that? Tut die Warte. Was ist? Das kapiere ich nicht. Papier, ich helfe nicht. Gute Nacht. Ah, Moment. Moment, Moment, Moment. Ich habe gesagt, du lach. Wolltest du ins Bett? Nein. Wolltest du mich alleine lassen hier jetzt? Nein. Nein? Okay, also. Mua. Oh, habt ihr das gesehen? Jetzt laufe ich gleich rot an. Oh, Mann. Sag ich nicht nur das über die Dach. Schreibt das bloß in die Kommentare, wie süß der kleine Fratz doch ist. Ich auch. Ciao, Leute. Nee, hier bleiben. Flash. Tut es auch. Gute Nacht. Flash, dann kannst du doch schon mal einen Stauwanzug anziehen gehen, oder? Nein. Nein. Spaß. Okay, Spaß, sagt er. Nein. So. Und dann müssen wir den noch wegmachen. Ja, super. Also das ist ja... Boah, das ist ein Teil. Ich werde wahnsinnig. Okay. Okay. Da. 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 Dann sagen wir jetzt, glaube ich, am besten mal gar nichts zu. Nicht wahr, liebe Leute? Nein, das tun wir diesmal nicht. Doch, doch, mach es, mach es. Das ist mein Kanal und wir machen das nicht. Doch. Du verrücktes Huhn. Ach. Ja. Genauso verrückt wie die Mutter. Was denn? Zieh dir gleich die Hose, oder wie ich es gesagt habe? Ja? Ja. Ich zieh dir gleich den Puddy über den Kopf, mein Freund. Und ich zieh gleich dein Hesit wieder hoch. Ne, das ist ja schon oben. Dann runter. Ja. Oder eine Seite. Na gut, okay. Aber. Ich wünsche dir viel Erfolg. So, wie geht es denn jetzt hier voran? Also. Wir brauchen wieder das Teilchen hier. Ach, das kann doch nicht sein. Jetzt ist das Teil aus der Folge, was wir ja gestern dran gemacht haben wieder. Weil es abgefallen ist. Schon wieder abgegangen. Ich könnte wieder im Strahl. Nein, Christian. Lieb sein, Kolke. Können wir nicht. So, jetzt müssen wir hier hin. Kann man gehen, Herr Enthelopi? Nein, kann man mir nicht. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo kommt das jetzt hier rein? Ja. Ja. Das kommt da hin. Das ist zu viel zu lange. Boah, was ist denn das? Das? Boah, was ist denn das los? Ja, sofort, mein Schatz, bitte. Das ist nicht auf dem Boden. Nein. So. Ich habe ja gesagt, sofort, oder? Nein. So. Komm her. Das habe ich gestern auf dem Boden. Ja, ich habe ja sofort gesagt und nicht erst übermorgen. Doch. Oder? Hast du das gesagt? So. Hast du das gesagt? Jetzt, aber, bitte nicht. Wackeln, da ist es schon wieder abgegangen. Ich könnte wieder brechen. Dieses Teil, ne, wird mich noch zur Verzweiflung bringen. Ernsthaft, Leute. Dieses schwarze, kleine Teil wird mich noch sowas von zur Verzweiflung bringen. Das, das, das könnt euch. Das, das, das riecht mich jetzt schon auf. Mir nicht. Mich nicht. Mich nicht. Ja, du musst es ja auch nicht festmachen. Warum muss ich nichts machen? Weil die Teile so klein sind. Es tut mir ja leid, dass die Teile so klein sind, Luki. Aber, ey. Wie sollen die denn da reingehen? Ja, da kann es nicht sein. Und. Da muss es doch sein, dann. Muss das nach. Das muss doch nach unten, oder? Dieser kleine Strich hier. Der zeigt noch nach unten, oder nicht? Guck mal, bitte. Da. Dieser kleine Fitzel hier. Der da, wo die Spitze jetzt liegt. Von der. Der zeigt nach unten, oder nicht? So, aber welche Löcher muss ich denn dann? Ne. Nee. Hä? Ich krieg das da nicht dran. Ohne 9 Uhr 5. Also, das wird hier auch wieder so ein Ding, der um Unmöglichkeit, wie soll. Das soll da hin. So, Moment mal. Und das muss. Und das muss. So. Und dann kommt das da dran. Ihr wisst. Ihr fragt euch jetzt, was der Teile da macht. Anbauen. Ja. Ist doch auch mal cool zu schillen, oder nicht? So. Hä? Luca, jetzt. Hä? Also, da kann es ja nicht rein. Das muss da rein. Da, jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn drin. Boah, hola, die Waldfee. So, und jetzt nehmen wir uns unseren Bastelkleber, weil ich habe keine Lust, dass das Teil jetzt nochmal abgeht. Deswegen nehmen wir jetzt unseren Revell Bastelkleber. Das Teil hält nicht. Das ist so klein, dass es andauernd aus der großen Fläche rausrutscht und wir da keinen Halt kriegen, obwohl es komplett drin ist. Und bevor mich das Teil jetzt noch mehr zur Verzweiflung bringt, machen wir das Teil jetzt hier rein. So. Wo hast du es? Ah, warte, Moment. Hast du die andere Sammlung schon dran? Ja. Wahnsinn, ne? Einen Moment. Das 11 kommt doch schön. Und nicht 11, 4, 10. Ja, du hast wahrscheinlich einfach nur nicht hingeguckt, mein Schatz. jetzt. Das hast du es nicht. So. 1 Minute. Jetzt. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Ich habe hier das klein. So lange, das ist das klein. Nicht so wackeln. Ich habe es jetzt dran. Und jetzt muss man ganz vorsichtig sein, bevor es wieder abgeht. So, ihr Lieben. Also, da ist es dran. Das Teil, was mich aufgeregt hat. Und jetzt haben wir hier einmal das Gaspedal, Kupplung, Bremse, wie auch immer. Nein, das ist die, äh, Gas und Bremse dran. Plus, ähm, hier irgendein Teil. Fragt mich nicht, wofür das ist. Ich habe keine, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das liegt jetzt drauf. Und es sieht soweit gut aus. Und dann gibt es morgen um 8 Uhr. Die nächste Folge. Jetzt gibt es nur noch eine Sache, die euch unser Kleiner hier sagt. Genau so sieht es aus. Also. Euer Keuke und euer Luca. Tschüss Sikowski.